ein Bild ist da, wie schön, jetzt scheint es zu funktionieren, okay, gut, wie schön, der Diamant in deiner Hand, ja, mein Logo und ich meine dich, jeden von euch, der jetzt hier zuschaut, ich meine dich, mit all meinen Worten, dich persönlich, ja, der Diamant in deiner Hand, ich finde das so ein schönes Bild, natürlich ist es mir wichtig, dir zu zeigen, dass du der Diamant bist und doch ist der Schritt, das ist ja schön und gut, dass ich das sehe, aber es geht um dich, dass du siehst, du bist ein Diamant, das wirklich diesen Wert so deutlich macht, den du in dir erkennen darfst. Es ist egal, wo wir hingucken, guck dir eine Pflanze an, guck dir den Baumann mit seinen Blättern. Es gibt jedes einzelne Blatt nur ein einziges Mal. Oder denk an die Schneeflocken. Jede Schneeflocke gibt es wirklich nur ein einziges Mal in dieser Form und ich möchte, dass du erkennst, dass du etwas ganz Besonderes bist. Auch wenn du dich manchmal nicht so fühlst, aber es ist so. Ich war auch ein Weg für mich, das zu erkennen. Das gebe ich zu. Und ja, ich glaube, wir haben es irgendwie alle erlebt. Natürlich viele Dinge, man sagt ja gerne, dass wir am Anfang so von 0 bis 7 Jahren einfach alles aufnehmen und Kinder werten nichts. So haben auch wir damals nichts gewertet, sondern alles nur aufgesogen, wie unsere Eltern waren, was wir erlebt haben. Alles war für uns normal. Es war halt einfach so und dieses Reflektieren, ob denn das wieder überhaupt unseres ist. Also wo bin denn ich? Diese Frage, ja, das braucht. Und in meinem Wissen und in meiner Erfahrung braucht es nicht nur ein einziges Leben, sondern viel, 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 viel mehr. Hunderte von Leben. Tausende von Leben. Ich weiß von einigen meiner Vorleben. Mehr und mehr habe ich Kenntnis davon bekommen. Ich weiß also und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich immer wieder sage und das eigentlich auch schmunzelt sage, ja, ich habe für alles Antworten, weil ich einfach unendlich viele Erfahrungen gemacht habe. Und wenn du jetzt hier zuguckst, bin ich mir sicher, dass auch du eine sogenannte alte Seele bist, sonst hättest du den Weg zu mir überhaupt gar nicht gefunden. Und ich finde es so wichtig, das ist mit ein Grund, warum ich mich jetzt hier hinsetze und einfach rede. Höre mir zu, höre meine Worte und dann höre auf dein Herz. Bitte fühle, was für dich richtig ist. Auch dein Weg ist einzigartig und nur dein Weg ist der richtige für dich. Ich rede aus meinen Erfahrungen, aus all dem, was ich erlebt habe und erleben sollte. Ich verstehe jetzt so viel. Ich habe aufgehört zu werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nicht zu werten. Es passiert dauernd und natürlich, wir haben das gelernt als Kind, dass wir dauernd bewertet wurden. Wir sollten nicht so sein. Wir sollten nicht das machen. Hier, nein. Da, nein. Mach das nicht. Dann, pass auf, dann passiert das. Sonst fällst du hin, sonst tust du dir weh. Dauernd diese Dinge, die uns eingetrichtert wurden und dieses bewertet werden, geht ja in der Schulzeit weiter. Das finde ich den großen Fehler an diesem Schulsystem. Dieses dauernde Bewerten, dieses besser sein müssen. Worum geht es denn wirklich? Für mich geht es darum, glücklich zu sein. Denn das ist dein Geburtsrecht. Und ich kann aus tiefstem Herzen sagen, alles ist für dich da. Ich habe erkannt, dass alles für mich da war. Aus dieser Erfahrung kann ich reden. Kann ich mein Herz öffnen und zu allem Ja sagen, was mir in meinem Leben passiert ist. Zu den ganzen Begegnungen. Diese Ablehnung, die ich erfahren habe und die du sicherlich auch kennst. Dieses bewertet werden. Dieser Gedanke, ich bin nicht gut genug. Ich muss was tun, um geliebt zu werden. Ich muss beweisen geliebt, dass ich es wert bin, geliebt zu werden. Ich glaube, dieses Ich bin nicht gut genug, ist ein ganz, 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 ganz tiefer Gedanke in so, so, so vielen Seelen, die bearbeitet werden wollen. Ja, und es gibt einen Trick. Das Leben darf auch leicht sein. Warum darf das leicht sein? So fängt es schon mal an. Das ist übrigens eine schöne, ich nenne das Powerfrage. Warum habe ich es verdient, glücklich zu sein? Schreib es dir gerne auf. Nimm mal einen Zettel und schreib einfach los. Warum du verdient hast, glücklich zu sein? Setz dich mal da mit dir hin. Wann auch immer du dafür Zeit findest, aber das öffnet dich für das, was dir deinen Weg weist. Wir haben diese beiden Dinge in uns. Einmal unser Herz und auch eben den Verstand. Und viele tausend Jahre war der Verstand lediglich ein Diener des Herzen. Der Herzen, das Herz war unser Kompass. Und ihr fragt euch vielleicht jetzt, oder du fragst dich vielleicht jetzt, wie und wie soll ich denn auf mein Herz hören? Was soll ich denn da machen? Noch was Geniales. Du weißt immer, wie du dich jetzt fühlst. Du musst oft gar nicht wissen, ob das jetzt Ärger, ob das Mutlosigkeit, ob das Schmerzen oder einfach dich unwohl fühlen ist. Man muss keine Worte dafür finden oder traurig. Es gibt so viele Emotionen. Für mich sind die Emotionen, die sich in negativer Weise ausdrücken, alles auf der negativen Seite. Und für mich haben sie alle mit Angst zu tun. Angst, ich bleibe kurz bei diesem Thema. Angst ist niemals real. Überprüf mal für dich. Angst bezieht sich entweder auf eine Gegebenheit oder Situation, die du schon erlebt hast und nicht wieder erleben willst. Oder eine Situation, vor der du Angst hast. Also das soll nicht passieren. Und genau mit diesen Gedanken verbindest du dich mit genau dem, was du nicht willst. Für mich gibt es nur diese beiden Seiten. Angst oder Liebe. Auf der Seite der Angst sind für mich die Emotionen, die auftauchen und wieder gehen. Die aber nur dafür da sind, dir zu zeigen, wo dein Weg ist. Achte auf dich. Auf das, was du gerade fühlst. Gut oder schlecht. Und dann hinterfrage es. Wir kriegen oft erst ein Gefühl mit. Aber vor jedem Gefühl, vor jeder Emotion liegt immer, 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 immer ein Gedanke. Und wenn wir eine negative Emotion haben, hör zu, es kann ganz leicht sein. Wenn wir eine negative Emotion gerade fühlen, glaubst du etwas, was nicht wahr ist. Das habe ich auf der langjährigen Arbeit mit Byron Katie gelernt, die das vertritt, die das lebt. Sie ist in die Liebe gefallen und lebt diese Liebe. Ja, das ist die andere Seite. Immer. Sorge dafür. Das ist auch mein Credo. Sorge dafür, dass es dir gut geht. Sorge dafür, dass du dich gut fühlst. Dann bist du auf deinem Weg. Deine Gefühle sind ein Kompass. Bist du bei der Emotionsseite, es geht dir schlecht, dann ist es. Schau es nach. Überprüf es für dich. Für mich hat es immer letztendlich mit Angst zu tun. Und auf der anderen Seite die Unliebe. Und da ist Vertrauen, das Kraft, das Verstehen, das Dankbarkeit. Da ist ein offenes Herz. Und keiner von euch, von dir, auch du nicht, kannst mir erzählen, dass es Angst und Liebe gleichzeitig gibt. Es ist immer, entweder, oder. Und nochmal, weil es so wichtig ist. Deine Emotionen und deine Gefühle zeigen dir, ob du auf deinem Weg bist. Und der Weg ist dein Herz. Das ist es. Du fühlst, ob du richtig bist. Du fühlst es. Die Lösung für Angst ist für mich immer jetzt. Überprüf mal für dich deine Gedanken. Wenn die wegrutschen in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Und wie viele davon sind Gedanken, die nicht mit dem Jetzt verbunden sind. Das Jetzt ist unendlich wichtig und die Lösung für Jetzt. Das meint, Zeit ist eine Illusion, weil nur jetzt, wo du mich hörst, jetzt, in diesem Moment ist jetzt, 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 jetzt. Ich lächle dich gerade an. Das ist noch so ein kleiner Trick. Wenn du lächelst, kannst du keine negativen Gedanken denken, glauben. Das ist einfach so. Dieses Lächeln hat eine unglaubliche Kraft. Vielleicht merkst du es jetzt schon, wenn du mich anschaust. Und du darfst es mit dir tun. Eine wunderschöne Übung, die ich von einfach nur damit an, dich überhaupt mal anzusehen. Einfach nur ansehen. Dich. So, wie du gerade in diesem Moment bist. Und nimm wahr, wie du dich sofort anfängst zu bewerten. Nimm es nur wahr. Versuch, dich da zu beobachten. Es ist sonst niemand da. Guck einfach dich an. Sieh dich. Sieh dich wirklich. Sieh deine Augen. Wo sind deine Mundwinkel? Leuchten deine Augen? Oder ist da Traurigkeit? Siehst du deine Angst? Du kannst es ändern. Nimm dich wahr. Beobachte dich. Das kannst du mehrfach machen. Immer wieder. Nimm es dir jeden Tag vor. Und dann darfst du einen Schritt weiter gehen. Guckst dein Spiegelbild an. Vielleicht schaffst du es auch schon zu lächeln. In jedem Fall. Sage doch mal, ich liebe dich. und fühle, was es mit dir macht. Fühle es. Ich weiß, das ist ein großer Schritt. Eine große Herausforderung. Ich glaube gar nicht, wie viele Jahre ich auch. Zum Rasieren muss man sich ja vor den Spiegel stellen. Aber ich habe nur meinen Bart angeguckt. Aber nicht mich. Überhaupt nicht. Dieses mir im Spiegel zu begegnen. Mich wahrzunehmen. So sein zu dürfen, wie ich gerade bin. Aber egal ob müde, traurig, fröhlich, glücklich. Alles. Alles, alles darf sein. Alles bin ich. Alles, was ich da sehe. Bin ich. Lauter Farben von mir. Und was sollte daran falsch sein? Es gibt nur richtig. Und auch ja, das ist ein Schritt zu erkennen. Ich bin gar nicht falsch. Ich muss nicht sein wie irgendjemand anders. Ich darf einfach so sein, wie ich bin. Ja, das ist ein Weg. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Das ist der Weg des Glücklichseins. So. Angucken. Ohne Wertung. Lächeln. Ich liebe dich. Und dann sieh dich. Und sage zu dir. Ich Ich liebe mich. Ich liebe mich bedingungslos. Ich liebe mich bedingungslos. So wie ich bin. Ja, du bist richtig. Immer schon gewesen. Wir dürfen so dankbar sein, zu erkennen, dass wir diese Emotionen und unsere Gefühle fühlen. Um zu wissen, bin ich denn auf meinem Weg? Und nur darum geht es. Finde deinen Weg. Fühle. 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 Jetzt ist die Zeit des Wandels. Jetzt darfst du für dich da sein. Denn darum geht es. Zu erkennen, dass du deinem Herzen folgen darfst und sollst. Das ist das Unglaubliche, was gerade in dieser Zeit passiert. Und da kann man auch Corona dankbar sein, weil dieses auf sich allein gestellt sein, abgeschnitten von dich zu sein. Boah, was für ein Geschenk, wenn ihr das als Geschenk annehmen könnt, wenn du das als Geschenk annehmen kannst, mit dir zu sein. Für mich ist es unglaublich wichtig, egal was mir am Tage passiert, was ich erlebe. Und es ist wirklich wurscht, ob positiv oder negativ dieser Raum nur mit mir und für mich da zu sein. Es gibt diese wunderschöne Geschichte von dem Indianer, der das erste Mal in ein Auto steigt und sich mitnehmen lässt. Und schon nach wenigen Kilometern hält er es nicht mehr aus, bittet den Fahrer anzuhalten und springt aus dem Auto und der Pfarrer sagt, wie hier, was ist denn los? Wir sind doch noch gar nicht angekommen. Bitte, bitte, lass mich hier sitzen. Ich muss darauf warten, dass meine Seele ankommt. Unser Kopf möchte gerne so schnell sein und unsere Seele hat ihr eigenes Tempo. Gönn dir die Zeit mit dir. Sie ist so wichtig. Sie ist das Wichtigste überhaupt. Zeit mit dir. Und dann sorge dafür, dass du dich entspannst. Egal, was gerade war. Sorge dafür, dass du dich entspannst. Und Entspannung kannst du dich nicht für morgen oder gestern ist vorbei. Richtig? Also jetzt. Es geht ums Jetzt. Und der kürzeste Weg, ins Jetzt zu gelangen, ist zu atmen. Du kannst wirklich nur jetzt atmen. Schließ einfach mal deine Augen. Und beobachte deine Augen. Macht überhaupt nichts mit dir. Nimm ihn bitte einfach nur wahr. Atme ein. Und atme aus. Atme ein. Und atme aus. Nimm wahr, wie sich dein Bauch hebt und senkt. Damit natürlich auch dein Brustraum sich hebt und senkt. Fühle die Luft in deiner Nase, wie sie durch die Nase strömt, in dich hinein. Das allein führt schon zur Ruhe in dir. Und das kannst du nur noch unterstützen, indem du dir vorstellst. Wir sind nicht nur, es ist nicht nur die Luft, die wir einatmen. Es ist viel, viel mehr. Man nennt das Prana, diese Energie, die immer in der Luft ist. Atme doch einmal bewusst diese Energie, dieses Licht, diese lichtvolle Energie. Beim Einatmen, nimm sie in dich auf. Und beim Ausatmen, lasse alles gehen. An Ängsten, an Sorgen, an Verzweiflung, an Traurigkeit. Alles, was sich in dir negativ angestaut hat, lass beim Ausatmen einfach los. Bewusst einfach. Mach es einmal, probier es mal aus. Licht, Prana, einatmen. Loslassen. Einatmen. Loslassen. Einatmen. Loslassen. Fühle, wie sich diese Energie durch deinen ganzen Körper in jede Zelle behebt. Fühle deinen ganzen Körper. Es kann sein, dass du sowas wie Kribbeln oder Wärme spürst. Und solltest du irgendetwas in dir haben, wo es dir gerade körperlich nicht so gut geht, sei es der Rücken, auch der Magen oder was auch immer gerade bei deinem Thema ist, in diesen Tagen. Nimm das Licht in dich auf und schicke es genau dorthin. Nimm dir diese Zeit. Fülle dich an mit Licht und lenke es genau in den Körperteilen, an den du gerade denken musst, darfst. Diese Energie ist messbar in den Zellen. Dieses Licht ist wirklich messbar. Es verändert deine Zellen. Es verändert deine DNA. Und hier liegt der Schlüssel für Heilsein. Für Gesundsein. Hier ist die Veränderung von Krankheit. Genau durch diese hochschwingende, liebevolle Energie. Liebe ist Licht. Liebe fließt einfach in dich hinein. Fülle dich mit dieser Energie. Und lass alle Ängste los. Genieße dich in diesem Sein. Du mit dir. Fühle dir Ruhe. Fühle die Stille. Es atmet dich. Komm langsam wieder hier an. Öffne dann deine Augen, wenn du soweit bist. Ich hoffe, du konntest dich darauf einlassen. Ich nehme mir das auf. Ihr könnt es immer wieder hören. Du kannst es immer wieder hören, wenn du dich davon inspirieren lassen möchtest. Angst oder Liebe. Du hast jeden Tag und jeden Moment diese Wahl. Hol dir die Kraft zurück. Es gibt die Gesetze der Resonanz. Die möchte ich hier zumindest einmal aussprechen. Dass du das auch wirklich in dir verinnerlichst. Es wird immer klarer. Und nein, da reden ja auch nicht so viele von. Obwohl das Gesetz der Resonanz durchaus bekannt ist. Ja, aber worum geht es da? Ja, du bist der Sender. Das, was du aussendest über deine Gedanken und vor allem deine Gefühle, also deine gefühlten Gedanken, die Emotionen dahinter, verstärken das alles. Alles, was du glaubst, fühlbar glaubst, erschaffst du in deinem Leben. Alles, was du befürchtest, was auf der angstvollen Seite ist und du Angst fühlst, erschaffst du. Und alles, gegen was du kämpfst, was du weghaben willst, verstärkst du. Das ist das Gesetz der Resonanz. Und das gilt nicht nur hier auf der Erde. Es gilt im ganzen Universum. Der Weg ist die Liebe. Das Ziel ist die Liebe. Und alles, was du erlebst, an jedem Tag, zeigt dir, bist du auf deinem Weg in die Liebe. Liebe, bist du auf deinem Weg der Liebe. Liebe seiend mit dir. Es geht immer erst um dich. Und da alles, ich gehe jetzt gleich mal einen Schritt weiter, ein Spiegel von dir ist, ist es so wichtig zu verstehen. Du kannst die Liebe von außen nur bekommen, wenn du die Liebe in dir gefunden hast. Wenn du dich selbst in deinem Wert erkennst, die Liebe in dir fühlst, die immer war. Du kommst aus Liebe. Du bist Liebe. Ja, im Zeitpunkt der Geburt. Na, jedenfalls, wir kommen mit all dem Wissen. Oh, die Verbindung ist gerade schlecht. Na, ich hoffe, es ist wieder da. Mir wurde das gerade eingeblendet. Du bist Liebe. Du bist Liebe. Finde es in dir. Leben darf leicht sein. Es ist alles in dir. Du bist der Diamant. Und mein Weg ist, ist dir zu zeigen, dass du dieser Diamant bist. Ja, dafür bin ich hier, dir das zu zeigen, dass alles in dir ist. Du musst nirgendwo hin. Es gibt nichts zu lernen, sondern es gibt nur erkennen. Auch du, wir sprachen drüber, bist nicht zum ersten Mal hier. Du bist schon so lange auf dem Weg. Aber jetzt ist die Zeit des Ankommens in dir. Und auf diesem Weg der Liebe bewusst zu sein, das ist für mich bewusst sein. Die Liebe in dir, du in dir, ich in mir zu finden und zu leben. Darum sind wir hier. und alles andere. Das sind alles Erfahrungen. Wir dürfen alles machen. Das ist unser freier Wille. Das Leben ist so unendlich reich. Wir haben, jeder von uns, so unendlich viele Facetten, die es alle hier zu erkunden gibt. Und ja, dadurch, dass wir vergessen haben, wo wir herkommen, dürfen wir uns das alles wieder ranholen. Aber es ist immer, die Lösung ist immer, 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 immer in dir. Immer in dir. vor jeder Veränderung liegt die Akzeptanz. Es ist so wichtig, dass du zunächst Ja zu dir sagst. In jedem Moment. Ja, jeder von uns hat das erlebt, diesen Moment, wo du sagst, ich will aber so gar nicht sein. Ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht. Das ist aber gegen das Kämpfen. Das bezieht sie auch immer etwas, was gewesen ist und oder nicht sein darf, nicht sein soll. Wo führt das noch hin? Wird das jetzt hier noch schlimmer? Jetzt ist wieder die Lösung. Jetzt ist immer die Lösung. Und akzeptieren geht ja auch nur jetzt. Nur jetzt kannst du Ja zu dir sagen. Gerade so wie du bist. Jetzt. Das ist so die Lösung, ehrlich, wirklich. Versuch's für dich auszuprobieren. Das ist wirklich Essenz meiner Erfahrung. Lebe im Jetzt und öffne dein Herz. Ich könnte so viele Dinge jetzt sagen, wie sich mein Leben geändert hat, seit ich dieses Jahr zu mir, zu dem, was ich bin, in mir gefunden habe. Es gibt nichts mehr zu beweisen. Ich darf einfach sein und mein Sein scheint so zu strahlen, dass ich durch mein Sein und endlich viele positive, liebevolle Rückmeldungen bekomme. Mein Tag ist voller Überraschungen. Wirklich, ich stehe morgens auf, freue mich auf den Tag und abends kann ich ach, echt so viel erzählen, was gerade wieder war, welche Begegnungen ich hatte, wie ich mich mit mir gefühlt habe. Und auch wenn irgendwas auftritt, was ja immer wieder ist, ja, aber dann höre ich, halte ich innen, höre mir zu, was fühle ich, worum geht es hier eigentlich. Und dann finde ich die Tür, in dem ich jetzt für mich sorge. Ja, das ist ein Weg, wir sind alle auf einem Weg, aber jeder Moment ist wichtig. Und in jedem Moment möchte ich dir die Kraft an deinem Herz legen, deinem Herzen zu folgen. So, bitte. du bist wunderbar. Ja, das bist du. Das bist du wirklich. Erkenne das. Erkenne das. Es gibt für mich kein Falsch. Steigt, steigt du aus dem Werten, Bewerten aus. Nimm wahr, wann du dich bewertest. Du, dich selbst ständig bewertest. Du meinst, du seist nicht gut genug. Und ja, natürlich ist das übernommen von tausenden von Situationen, von Erfahrungen, die du gemacht hast. und sofort sagt dein Kopf, ja, aber ich habe doch erlebt. Ja, hast du, aber jetzt lebst du. Jetzt und jetzt kannst du entscheiden. Die Vergangenheit war, ist vorbei. Wirklich. Du darfst jetzt entscheiden, glücklich zu sein. Für mich ist das wirklich eine Entscheidung. Ich habe das wirklich gelernt. Ja, und dann kann ich dafür sorgen, dann habe ich auch die Ideen, die Kreativität, was ich denn gerade brauche. Und oft, das möchte ich euch auch teilhaben lassen, ist mein Tag ganz anders, als ich morgens gedacht habe. Ich dachte, selbst an einem freien Tag, wo ich nicht arbeiten muss, sondern einfach für mich bin und dann so meine Ideen habe, was ich alles mache. Und was ist die Tage jetzt passiert? Ich wollte ganz was anderes machen. Was habe ich gemacht? Marmelade gekocht. Und mich tierisch über mich gefreut, dass ich mir genau die Zeit genommen habe, gegönnt habe, das zu machen, wo mein Herz gesagt hat, ja, mach das doch jetzt. Das war so schön. Und solche Momente einfach zu hören, was ist denn jetzt gerade für mich dran? Es kann auch ein Spaziergang sein, Fahrrad fahren. Ach, ihr habt alle eure eigenen Ideen, was es gerade sein darf, damit es dir gut geht. Und sorge dafür, dass du die Zeit hast. und ja, das geht auch in der Arbeit. Ich habe mir angewöhnt, mir meinen Tag zu visualisieren, schweres Wort. Aber diese Sache ist einfach. Ich stelle mir meinen Tag vor. Und da braucht man gar nicht viel Zeit zu. Man muss nicht eine halbe Stunde meditieren, um zu sagen, ja, was will ich die denn heute erleben? Wie will ich mich denn fühlen? Für mich geht immer alles über das Gefühl. Und da ist ein großes, ich möchte einen entspannten Tag haben. Ich möchte einen Tag voller Leichtigkeit haben. Und ich möchte mich sicher fühlen. Und ja, voller Freude. Das sind so die Dinge. Und diese Dinge kann man gut, wunderbar, morgens unter der Dusche, jeder muss duschen, du auch, darf duschen, und genießen und einfach fühlen, wie will ich mich heute fühlen? Wie will ich in diesen Tag, durch diesen Tag gehen? Und ich sage dir, egal was für Herausforderungen du zu bestehen hast, wenn du mit dir verbunden bist und nicht einen Stapel von tausend Dingen erledigen musst, sondern sagst, ja, was ist denn jetzt dran? Und jetzt dran? Und jetzt dran? dann kannst du dich immer mit Freude, mit Leichtigkeit, mit Ruhe, mit Gelassenheit, mit deiner Kraft verbinden. Ja, ich bin abends auch mal kaputt oder sage, boah, ist jetzt aber gut. Das sind dann die ganzen Eindrücke, die ich am Tage habe, egal ob positiv oder negativ. Mich macht der Tag nicht kaputt, sondern einfach, ach, es ist dann so viel. Und das wirst du auch kennen, auch du, wenn du gehst, nimmst ganz bestimmt auch mehr wahr als andere. Und dann ist man einfach mal voll. Denkt an den Indianer, hinsetzen, Seele kommen lassen. Ja, die Zeit ist dann abends mega, mega wichtig. Und so darfst du das für dich machen. Du darfst das jeden Tag für dich entscheiden. und vieles, ich soll das gerade sagen, soll dir bewusst machen, du musst gar keine Gespräche führen, um irgendwelche Dinge aus der Welt zu schaffen oder irgendwelche Dinge aufzulösen, irgendwelche Probleme. Dein sein, dein Aktiv verändert sich. Da, ich sage es nochmal, ja, alles, alles ist ein Spiegel von dir. es ist dein Leben. Du bist der Hauptdarsteller und Regisseur. Es ist dein Leben und du darfst es dir erschaffen. Ja, diese Gesetze der Resonanz funktionieren wirklich. Ich lebe euch das vor und ich kann so viele Beispiele nennen. Ja, ich liebe das, ich liebe das, ich lebe das und es fühlt sich so gut an. So gut. Und alle Begegnungen, alles spiegelt euch wieder. Nichts ist da, um euch zu ärgern, um dich zu ärgern. Wenn du emotional reagierst, hat es mit dir zu tun, zu tausend Prozent. Es gibt so viele Dinge, andere Menschen, die du gar nicht wahrnimmst, Situationen, die dir überhaupt nicht in den Sinn kommen, weil sie einfach nichts mit dir zu tun haben. Das ist bei der Polizei, wenn die irgendeinen Unfall rekonstruieren müssen und dann unterschiedliche Passanten, jeder hat einen anderen Blickwinkel und jeder erzählt was völlig anderes. Ja, genau, es geht darum, den Blickwinkel zu ändern. Du darfst, wenn du dich irgendwie nicht gut fühlst, zuerst mal deinen Blickwinkel ändern. Womit möchtest du dich verbinden? Frage dich das. Was kannst du jetzt für dich tun? Das war jetzt ganz schön viel für mein erstes Video. Das muss erst mal sagen, oder? Ich glaube, es ist eine richtig gute Idee, das aufgenommen zu haben. Es läuft hier noch. Dass du die Möglichkeit hast, das immer mal wieder zu hören. Ich habe jetzt den Impuls, eine von meinen wunderbaren Mängelkarten zu ziehen. Mal gucken, was da für ein Impuls für dich, für mich, für uns, für euch kommt. Hey! Hoffnung Die Karte der Hoffnung zeigt dir an, dass in einem bestimmten Bereich deines Lebens jetzt die Sonne aufgehen wird. Die Engelherr Weisheit erinnert dich daran, dass dein Geist stark und unzerstörbar ist. Also, bleibe du deinen Träumen und Visionen treu. Denke immer daran, das Universum will, dass sich deine Herzenswünsche erfüllen. Es wartet nur, bis du endlich daran glaubst, dass du das auch verdient hast. Erst dann können die Engel dir alles schenken, was du dir wünschst. Trage auch deinen Teil dazu bei, indem du dir darüber klar wirst, was du wirklich willst. Dann sende positive Gedanken in Richtung auf die Erfüllung deiner Wünsche und zu den Veränderungen hin, die du anstrebst. Bitte die Engel um Hilfe, dann werden sie dir Funken deiner Möglichkeiten entfachen und zum Leben erwecken. Hoffnung ist wie ein Magnet. Sie zieht das große und schöne in dein Leben hinein. Die Affirmation dazu lautet, ich bin immer optimistisch und voller Vertrauen füge ich da mal hinzu. Dieses Vertrauen in dich ist so wichtig. Ah, ich habe noch einen Impuls, etwas zum Wünschen zu sagen. Viele natürlich wünschen wir uns alle was, aber was ist denn, wieso ist denn das, warum erfüllt sich das oft nicht oder nicht jetzt oder überhaupt, warum ist das mit dem Wünschen so schwer. Ja, das hat damit zu tun, dass wir beim Wünschen ganz oft den Wunsch haben, etwas verändern zu wollen. Das heißt, wir sind energetisch damit verbunden, was wir nicht haben wollen. Sei es Einsamkeit, sei es Schmerzen, was auch immer. Natürlich wollen wir gesund sein. Natürlich wollen wir in Liebe sein. Natürlich wollen wir das alles. Aber was wir fühlen, ist die andere Seite. Ja, das soll geben, dich auf die Seite der Liebe zu schlagen. Gar nicht schlagen, Quatsch, zu wenden. Dummes Wort. Auf die Seite der Liebe zu gehen. Wünschen funktioniert nur, indem du dich auf die Schwingung dessen begibst, was du dir wünschst. verbinde verbinde dich mit der Situation, die du dir wünschst. Nimm gerne eine Powerfrage. Warum verdiene ich es glücklich zu sein? Warum bin ich glücklich? Warum lebe ich eine wundervolle Partnerschaft? Kriegst du mit? dann ist dein Kopf, dein Verstand auf der Seite dessen, was du wirklich willst. Dann ist er für dich da. Ansonsten fängt der Verstand sofort an zu plappern. Ja, aber, und er liefert dir einen Beweis nach dem anderen, warum du nicht glücklich sein darfst und bist und niemals sein kannst. Ja, ich lache, weil es darf leicht sein. Jetzt kann ich das auch sagen. Oh, ihr ahnt ja gar nicht, wie viele Tränen ich vergossen habe. Unendliche Tränen. Wirklich, die Liebe in mir zu finden, war ein sehr, sehr tränenvoller Weg. Das kann ich nicht anders sagen. Und ich verstehe, dass ich alles, das durchleben musste, weil ich dadurch dich verstehen kann. Ich sehe dich egal, wo du stehst, Sorgen, Zweifel, Schmerzen, ich sehe dahinter. Ich sehe dich gesund. Ich sehe dich glücklich. Ich sehe dich in einer glücklichen Partnerschaft. und damit verbinde ich dich, wenn du das möchtest. Ja? Ich bin für dich da. Ich habe diesen langen Weg gehen müssen dürfen. Jetzt sage ich danke. Jetzt sage ich danke. Jetzt sage ich unendliches danke. Diesen Weg meines Lebens so auf diese Weise gegangen zu sein. nur deshalb bin ich jetzt so der natürlich der ich schon immer war aber jetzt auch lebe. Was für ein Geschenk und dieses Geschenk möchte ich euch weitergeben. Ja, du bist ein Geschenk. Noch eine schöne Powerfrage. Warum bist du ein Geschenk? Nimm dir die Zeit. Setz dich hin. Fühle es. Warum bist du ein Geschenk? So wie du bist. Fühle es. Sammel deine Gedanken. Sammel deine Gründe. Schreib sie auf. Das ist eine kleine Übung, die ich dir gerne noch mitgeben möchte. Es ist so schön, diesen Zettel, diese Zettel zu haben. Und immer kann, wenn es dir gerade nicht gut geht. Wenn du dich gerade nicht gut fühlst, die Möglichkeit zu haben, stimmt. Ich habe das schon mal gefühlt, glücklich zu sein und ein Geschenk zu sein. Nimm die Zettel, lies sie dir durch und du wirst sehen, was in dir passiert. Und es geht so schnell und es geht so, so, so leicht. Hm. Ich unterrichte Klavier und ich sage so gerne, wenn ich dann sehe, dass die Hände auf dem Schoß liegen und kein Ton erklingt, sage ich so gerne, hallo, nimm doch die Hände aus die Tasten und spiel los, denn dann hörst du die Musik und nur dann liebst du die Musik. So ist das mit dem Glücklichsein auch. Nimm die Hände aus dem Schoß und tu das, was dich glücklich macht. Unendlich verdient. Namaste. Das Licht in mir grüßt das Licht in dir. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.